So, willkommen, willkommen zurück, zurück hier beim Herrn Yang, Herrn Keller, der ist schon oben und dem Herrn Lück. Und jetzt mal eine kurze Erklärung. Das haben wir alles erledigt hier mit dem Hacken der Informationen, die man brauchte. Ich will nicht sagen, wie viele Anläufe ich gebraucht habe, aber jetzt geht es darum, dass wir nicht wieder abkacken. Und jetzt versuchen dort diese drei Hanseln platt zu machen, weil wir ja an den Heli müssen, so, hier bei Rainbow Six, Veganer, so. Genau, geht mal da hin. Da gibt es die Tür auf. Oh, sehr schön, sehr schön. Okay. In Position. So. Hm. Oh. Los, los, los. Ah, scheiße. Zieh nach ihm. Nicht ihm. Schnell. Nein. Nein. Schnell. Mach. Du bist okay. Hoch jetzt. Danke. Hilf ihm. Schnell. Gut. Schnell. Oh, jetzt habe ich schon unter den Schreck gekriegt. Der Verband sollte halten. Geht schon. Geht schon. Okay, hier. Das ist nicht möglich. In Position. Ich muss bloß kurz... Beeilung. Los, schnell. In Position. Los, los, los. Los, schnell. Schnell, Jungs. Endlich. Es wird ruhiger da draußen. Eine schreckliche Nacht der Gewalt geht endlich zu Ende. Wie Sie hinter mir sehen können, ist die 221. Kavallerie der Nationalgarde. Eine der vielen Truppen. Luf, top. Los. Luf, alles klar. Waren das bloß 2? Oder sind das 3? Nein, das sind ja 3. Ah, alles klar. Wie sieht denn das jetzt aus hier? Das sieht gut aus. Hier war... Ich dachte, hier waren 3. Na gut. Na gut. Sind ja 3, oder? Warte mal. Jetzt muss ich nochmal gucken. Sind das jetzt 3? 1, 2, 3. Vermaß aufheben ist ja Quatsch. Hab ich ja. Okay, Jungs. Puh. Los, los, los. Wird erledigt. Kommt. In Position. Geht ihr mal vor? Bewegung. So gut wie erledigt. Na, das hoffe ich doch. In Position. Ah, wie sieht denn das aus? Okay. Ein Ding nach dem anderen. Im Eilschritt. Hör dabei. Ach, Quatsch. Jungs. Los. Verstanden. Da hoch. Seid ihr dämlich, oder was? Man bleibt cool. Bitte, bitte. Macht keinen Scheiß. In Position. Okay. Puh. Das sieht sauber aus hier. Okay. Hm. Äh. Geht man zur Tür. In Position. Und macht mal das erste hier. Türladung und Räumen. Genau. Ringe Türladung an. Ist da einer? Da ist keiner, oder? Okay. Sauber. Okay. Das sieht gut aus. Puh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Mission ist geschafft. Okay. Ja, tut mir leid, dass das so ein bisschen durcheinander ist. Ja. Alles klar. Also, ist es vorbei? Was Vegas angeht, ja. Aber der Damm ist eine andere Geschichte. Das Verteidigungsministerium bedingt sich ganz komisch in der Sache. Sie verheimlichen etwas. Aber technisch helfen wir ihnen immer noch. Richtig? Das örtliche Militär ist damit beschäftigt, die Stadt zu sichern. Aber sie haben ihre Einladung zum Tanzen noch nicht zurückgezogen. Gut genug für mich. Sagt Six, dass wir Irena verfolgen. Genau. Beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Herr Lück hatte Glück. Hm. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020